war das das tiefer signal? ja. cool. das ist meine erste. verrückt. aber die ist leer. da ist ein loch da drin oder? das macht hier ne gasmasken große. ja das durften die bestimmt noch mitnehmen. zum brot ranzuheln glaube ich. alles mögliche. jetzt ist oben im deckel noch die arcanismarke drin. naja, da kommt man noch rein. schade drum. ja. bei dem roll kann es schon sein. ein bronzenbeil liegt bestimmt bei. wenn es das braue ist sind die bronzenzende. schmuckjahr, bernstein, dinge. so was liegt da drin. und in dem liegt noch mehr drin. war das hier so da? haben die unterschiede nach frau und mann oder? mann will oder sowas. das war's mir. 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 Schöner noch eine ganze, das ist immer toll. Ich habe mich richtig überrascht gerade, ganz ehrlich. Ich habe es jetzt auch schon noch gehört. Ich muss nachholen, wenn du die Erkennung gemacht hast. Ich glaube, hier am Weg, muss ich mal gucken, da kann man ein Stück mehr reichen liegen, dann hast du bestimmt auch noch Glück. Und wenn das dann noch eine Blanko ist, dann kannst du eine Haube geben. Ich sage dir, du kannst hier jetzt ein Signal für mich raussuchen und da liegt ein Makler und wenn ich da drübergebe, wird die Blanko. Dann passiert das ja wieder gerne. Hier, guck mal da, der Graben da drüben. Ich habe einen Stalag gemacht. Schau mal, ne? Ja, kommt zu oben. Einfach ein Stalag-Abzeichen. Die sind alle noch voll. Hier war ich auch drüben. Die musst du alle aufmachen, eigentlich. Das ist in der Scheiß-Babbe drin als von Glocknern. Deswegen musst du die alle bis zum Boden aufmachen, alles raus holen. Dann hatte ich keinen Bock zu arbeiten. Wenn du überlegst, was hier schon drumherum liegt noch. Alter, wenn der in seinem Leben noch mal nach Frankreich gekommen ist, den haben sie gehängt. Ja. Mhm. Hier im Innenring vom Stahlhelm. Echt? Oder? Ja. Nein, nein. Nein, ist es nicht. Sonst. Das ist bald. Ja. Das sind zwei von einer Kette oder sowas, siehst du das? Glückwunsch! Sehr, sehr geil! Ich habe dir gesagt, aber... Ich habe Angst, Alter! Ja, mehr mache ich nicht. Das ist mir zu gefährlich, aber... Aber ich denke, da liegt noch etwas drin. Jungs, was ist da noch? Wahnsinn! Haben wir, ne? Der zweite! Ja! Da brauche ich mich rein! Jetzt bist du dran, Alter! Ja, da kommen wir! Da kommen wir... Bei der Bung ist gerade oben... Da sind hinten rechts die Straße eben... Dann ist die Straße eben... Dann sind die Straße eben neu gemacht. Wir haben ja eine Reitante, oder? Ja. Ja. Ja, das stimmt. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben die Leute, siehst du, die in der See, haben die sich wahrscheinlich, dann siehst du die auf der Straße, in den Fichten, so eine Beule, die rausgekommen sind, und dann siehst du auch so Fichten neben, siehst du, wie die rausgekommen sind. Was aviation ist ja ähnlich besser. Wir sind schon wieder hier, die Kosten für 18 گ gu aparece. Wir schauen mal, 's, muss serio sein. Das ist wie die Sauerkraub angeht. Ich muss gerne machen. Genere ich Consen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Auf jeden Fall aus Lüdenscheid Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen ZDF, 2020 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 ZDF, 2020